Na, musst du jetzt heulen? Für scheiße Reden hatte ich noch nie genug Zeit. Frau? Ah, ah, Business-Mensch. Kinder vielleicht? Nerven, kreischende, stinkende, furzende Pampers-Bomben? Du wirst heißer als heiß. Du wirst eine aufrechte Sitzposition brauchen. Hey, ich bin noch zu jung. Die Jugend hat dich vom Töten nicht abgehalten. Hey, ich hab einen Rabatt verdient. Ruleworth ist pleite. Kann ich betteln? Stirb gefälligst aufrecht. Hey Mann, ein paar Tage in Vegas sind doch drin. Du hast so viele Quiz-Shows gesehen, die sind auch pleite. Komm, wir sind für immer. 15 Jahre? Was hast du so die letzten Jahre getrieben? Ach komm, ist doch uninteressant. Nee, erzähl doch. Das kann aber dauern. Ich muss noch ein paar Besorgungen erledigen. Aber danach. Hast du Lust auf Romy? Ja? Romy? Geben's mir bitte schönes Tempo. Tem-Tem-Tem-Tem-Tempo. Tem-Tem-Tem-Tem-Tem-Tem-Tem-Tem-Tem-Tem-Tempo. Das neue deutsche Mnatsmagazin. Tempo. Hass und Liebe. Stürm und Drang. Angst und Lust. I love tempo-po-po